Hey meine Raborken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Trailmakers zusammen mit Lensky. Hey! Es gibt eine Mod und ich habe die heruntergeladen, da war die No-Joken 50 Minuten alt. Also neuer geht es wirklich nicht und zwar die sogenannte Builder-Mod. Also du hast ein Builder-Mod im Mod. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eine positive Bewertung da, wenn ihr gespannt seid. Wir können nämlich hier Jet-Power und Engine-Power verstellen. Und das krasse ist, passt auf, ich zeige euch einfach mal was. Leute, wir machen hier einfach mal dieses ganz normale Popel-Auto. Ne, passt auf. So, tadaam. Okay, das sind ja Motoren. Wenn du jetzt ganz normal Gas gibst, das ist halt ein langsames Auto. Schafft gerade so die 65. Hey, woher wusstest du das? Ich kenne das Auto. Habe ich auch gebaut. 65 kmh schafft das Auto. Jetzt konnten wir oder können wir die Motor-Power verändern mit dieser Mod, okay? Oh mein Gott. Jetzt könnten wir beispielsweise die Motor-Power auf 10 machen. Das ist sehr wenig. Wenn ich jetzt zum Beispiel fahren will, fährt es einfach nicht. Das reicht nicht aus für das Gewicht. Ich drücke gerade Gas. Das Ding fährt gerade nicht. Okay. So, und das Geile ist jetzt aber, Leute, jetzt kommt nämlich das Highlight. Man konnte nur 4.900 als Stärke einstellen. Ich zeige euch jetzt mal, was mit dem, das ist natürlich jetzt kein super schnelles Auto, aber ich zeige euch mal, was 4.900 ist. Ist schon schnell. Yo, yo. Ja, pass auf. Ist schon schnell von 60 auf 200. Ja. Aber geht krasser. Geht doch was. So, deswegen habe ich die Mod umprogrammiert und diese Limitierung, die sie reingemacht haben von 4.999 ist die Limitierung oder 5.000 irgendwie so, habe ich entfernt und habe die Begrenzung, also beziehungsweise erhöht auf 5, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Entweder vor 500.000, genau. Wenn wir jetzt mal spaßhalber, einfach mal spaßhalber, machen wir jetzt mal, wir erhöhen mal Stück für Stück. Jetzt haben wir mal 10.000. So, mal sehen, wie 10.000 sich fährt. Bist du noch bei mir wieder? Ja, warte, ich fliege gerade zu dir. Das ist 10.000. Alter, jo, mit Flugzeug, hättest du mich bei dir vorbeigefahren? Ja, scheiße. Warte, ich komme zu dir. Das ist jetzt hier 10.000. Das geht schon ab, ne? Das ist immer noch das gleiche Auto mit zwei solchen Popelmotoren. Das sind die schwächsten Motoren, die es im Spiel gibt. Das sind die, ihr Bulldog. So. Ja. 10.000. Machen wir mal. 50.000, oder 50.000. Oh je, oh je. Man kann übrigens hier auch noch die HP hochstellen, damit das Auto nicht so kaputt geht und das Gewicht. Aber das ist jetzt für uns nicht so interessant. Warte, warte, warte. Ich mache die. Ina, Ina, Ina. Boom. Steigen sie ein. Oh, Ehre. Wir haben ja genug Power. So, das ist... Ina, um auf Gas zu geben. Ich gebe gar keinen Gas. Ach, das fährt von selbst. Ich gebe gar keinen Gas. Ach, das ist das... Das macht das Spiel kaputt, weil es zu viel... Oh, 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 oh. Warte, wie schnell die Reifen sich drehen, ne? Das backt. Das ist voll der... Voll der blurry Effekt, Alter. Ja. Guck mal, wie schnell die Reifen drehen. Ah, 300, Alter, mit dem Auto. Okay. Dann machen wir mal aus Spaß jetzt mal 100.000. Das habe ich... Also, ich weiß auch noch nicht, was da passiert. Ach, du Scheiße. Das habe ich nicht getestet. 100.000. So. So, okay. 100.000 mit dem schwächsten Motor im Spiel. Alter, wie die durchdrehen. Boah, 320, so, ne? Okay, aber das ist natürlich nichts. Das Auto ist ja super scheiße, so. Ja, mega. Deswegen gehen wir jetzt eine Stufe weiter und bauen mal ganz kurz unser... äh... Turbo-Auto. Was hier... Warte mal, warum fährt man so, ne? Bauen wir mal ganz kurz unser Turbo-Auto. Das brauche ich ja hier in 10 Sekunden. Mhm. Oh, ich habe auch noch eine andere Idee. Ich habe noch dieses eine Glitch-Auto. Damit kannst du, ich glaube, 5000 kmh fahren. Ach so, ja, ich weiß, welches... 5000 schaffst du damit, wenn du Glück hast. Also, es ist ja glückabhängig, weil meistens Crash da. Manchmal kannst du durchkommen. Das müsste ja eigentlich auch krankschnell sein. Das müsste wirklich krankschnell sein. So. Äh, wir brauchen hier den Drachenjet, natürlich. Ohne Reifen wieder. Ihr wisst Bescheid. Äh, wie hatte ich denn das gebaut? Ne, wartet mal so. So. Genau. Und jetzt hatte ich... Weil wir kopieren erst mal den. Na. Ich sage, wir bleiben in der Super-Sonic-Liga. Darf ich dich bitten, mal einzusteigen? Jawohl. Lina, was hast du da in der Hand? Das war mein... Klar. Dein Löffel von deinem Vanille-Eisbecher. Gib's doch zu. Nein. Nein, hab ich nicht. Okay, das ist jetzt normal, ne? Normal. Wir testen normal. Ja, das ist eigentlich auch schon unverschämt schnell, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, na, das ist ja... Also das ist noch normal. Aha. Ich weiß, wie schnell wir die gleich erreichen werden. Alter, ich drücke einmal Leer-Taste, da haben wir das gleich erreicht. Das kann ich dir so sagen, dieses... Okay, ich fahre einmal durch, ne? 1.800, 1.900, 1.900. Okay, chillig. Wir lassen das so, würde ich sagen. Super-Sonic-Liga. 1.900. Aber modifizieren jetzt die Jets. 10.000? Ein Schilliger? 10.000er? Meinst du, Elina? Ja, ein Schilliger-Zehner. Das ist schon mehr, als die Mod eigentlich erlaubt. Das geht nur, weil ich es umprogrammiert habe. Weil 5.000 war eigentlich das Maximum. Aber das war mir ja viel zu langsam. So, 10.000. Das ist halt nix, ne? Ich habe 500.000 erlaubt. Oh, Junge, wie schnell sich die... Oh, nein, nein, nein. Hast du gesehen, wie schnell sich die Nadel gedreht hat? Hast du gesehen, wie schnell wir... Hast du auf die Nadel... Guck mal auf die Nadel jetzt. Ja. Warte, wir müssen landen, sonst kann ich es nicht resetten. Ich glaube, es geht kaputt, oder? Ja, ja, egal. Guck mal jetzt auf die Nadel links. Okay. Ah, warte mal. Nee, weil ich glaube, ich muss es, glaube ich, neu machen. Das kam mir gerade falsch vor. Junge, wie schnell sich das dreht. Junge, die Nadel. Wie kriegen wir das Ding stabiler? Das hebt es so schnell ab. Mit Reifen. Nee, glaub nicht. Das Reifen was bringt. Naja, du brauchst halt dann auch Motoren. Na klar. Gut. Kann ich das auch machen? Kopierst du dir das auch? Ach so. Nee, hast du... Geh mal im Bildermode. Oh ja, mit dem. Hast du oben rechts das Ding? Ähm, ja. Was sind das eigentlich für geile Reifen? Ja. Hast du den Bildermode? Äh, warte, warte. Ah ja. Set Jet Power. Nee, nee, nee. Du musst Engine Power. Mach mal... Ach, wie viel geben wir dem? Mach mal 8. Mach mal 8K. Oder weniger. Nee, mach mal 7. Mach mal 7K. Also 7000. Dann musst du den Motor andrücken. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwierig. Oder die mehreren Motoren. Und dann musst du auf Set Engine Power drücken. Warte, ich kann es auch mal kopieren. Äh, warte. Wenn ich mal einsteigen lässt, kann ich es mal kopieren. Boah, Alter, das hat sowas von hingehauen. Holy Tech. Oh mein Gott. Das sah so geil aus. Bereit, Edina? Yeah. Oh. Alter, das hebt ab. Ich fliege mit dem Ding, Edina. Yo, yo, yo. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Oh mein Gott. Alter, du fliegst. Der erste Mensch, der mit nem fetten Lambo geflogen ist, Alter. Okay. Lern dich auch mal wieder. Wie hoch bin ich denn geflogen? Meinst du, dass Auto überlebt das? Ohne Witz? Nein. Aber du bist so schnell gefahren, dass bei dem Windzug mein Schal hochgegangen ist und der jetzt nicht mehr runter geht. Alter, warte, ich will gucken. Oh, jetzt ist er unten. Kacke. Okay. Äh, wie kommen wir jetzt zueinander wieder? Äh, Backspace? Äh, das beide Backspacen. Moin. Langsam, der Biss. Okay. Lass uns zurückgehen zu dem Turbo. Oh, warte mal. Das können wir auch noch probieren. Was ist jetzt? Oh ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Alter, das Auto ist so richtig komisch. Wieso? Weiß ich nicht. Die Reifen lösen sich auf oder so. Aber er fährt trotzdem noch 700. Ja, wir müssen das mit dem Turbo-Auto machen und wirklich richtig heftige. Da müssen wir... Na, ich kann das ja schnell neu bauen. Hm, so. Kommst du mal her, Dina? Ja, ich komme schon. Ich folge der Bremsschur hier. So, wir haben zwei. Dann machen wir ganz normal hier die Schubdüsen hin. Das ist ja echt ein... Das hat man ja schnell gebaut. Muss ja nicht schön aussehen, Leute. Muss schnell sein. So, wie viel wollen wir nehmen? Drei für fünf. Zehn. Nehmen wir 15. 20. Jetzt habe ich schon weggemacht, die Selektierung. Okay, dann 15. Danke. So, die verbinden wir. Bum, 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 bum. Die Auto ist fertig im Grunde. Warte, das brauchen wir noch vorne. Die Aerodynamik ist sehr wichtig. Also, ich sag mal, das schnellste, was du mit einem Legit-Auto fahren kannst, sind 4.400. Das schnellste mit einem Bug-Auto sind ungefähr 5.000. Und mit so einem richtigen, ich werde geschossen, Auto. Ne, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich super viel. So, okay, Lina. Warte. Wie viel wollen wir dem geben? 100k? Ja, voll. Jet-Power. 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 Sag mal, Lina, kannst du dein hässliches Auto da machen? Danke. So, ready? Oh yeah. Go. Alter! Alter, das sieht so krass aus. Das dreht sich unendlich irgendwie, ne? Ja. Alter, wie schnell wir die, wie schnell wir die, warte mal, ich mach mal auf Maximum. Mach mal 500, ne, ich mach 480.000, ist das höchste. Weißt du, wie schnell wir jetzt die Mauer brechen werden? Ey, nachhalb von einer Mikro-Mikro-Mikro? Ready? Yeah. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Alter, das waren 23.000. Jetzt hab ich nicht gedacht, ich hab das Auto uns einfach dupliziert, weil es zu schnell war. Nein, weil wir gestorben sind, wir sind aus der Möp gefallen. 23.000, Alter. Oh mein Gott. Nice. Chillinges Auto auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr mal sehen wollt, wenn wir das auf eine Million oder noch höher machen, in dem zweiten Part. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert auf jeden Fall den Kanal, um dann auch nichts zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. 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 Ciao.